Im Aufzug stecken bleiben lieber mit Messi oder mit Mbappé? Mit Messi. Welchen Spieler würdest du gerne mal tunneln? Rüdiger. Wie bejubelst du dein erstes WM-Tor? So. Hast du eine App, die du besonders empfehlen kannst? Vielleicht TikTok, so viel Zeit zu verbringen. Welche Serie schaust du, wenn du mal frei hast? Prison Break. Welches Rating hättest du in FIFA verdient? Mir wäre egal, aber 75 schon. Was ist dein Wunsch fürs erste Spiel? 5-0 und dann drei Punkte mit nach Hause nehmen.